ich weiß nur nicht was die Fireflies dann mit einem infizierten Mädchen vorhaben ich meine gut andersrum kann man wohl mit einem infizierten Mädchen vorhaben auf mein Signal laufen ich renne die jetzt hab ich verstanden ich wollte die ganze Zeit rennen und hab den Falsch Knopf gedrückt dass ich in den Lauschmodus gewechselt bin ich habe erst gedacht von wegen es ist vorbei weil dann der Bildschirm so grau geworden ist oh man sie ist vorbei ja verdammt sie sind überall ab durch die Kanalisation lauf du infizierte sonst knall ich dich ab ich sehe sie ich sehe sie die Soldaten sind bleib zurück üble Burschen weil die haben äh schon halbautomatische beziehungsweise vollautomatische Waffen und äh die können einen Ordenweg feuer ich schieb mich doch nicht hier ohne Hexe ähm ja wir können die jetzt auch nur schlecht töten weil die auch komplett gepanzert sind ich meine ich kann es mal versuchen denen jetzt mal eine Friste zu ballern die schulter zu wechseln ja eins ja 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 wo ich denn voll in die Fresse geschossen habe hat den jetzt nicht wirklich gejuckt also wie ihr seht von wegen man braucht ganz schön viele Schuss obwohl sag ich mal der in der Fresse keinen Helm hat und äh man sieht es immer am Fadenkreuz wenn man den wirklich in den Kopf geschossen hat so weil dann ist sie quasi wie so ein Stern aufgebaut oh äh nein wie lade ich denn jetzt nochmal nach Jungs wie lade ich denn jetzt nochmal nach hier verdammt gibt's doch gar nicht ah so ohne zu zielen im VR2 ich hab gedacht dann schießt er sofort so ja um den auch abzuballern hätte ich dann habe ich wieder ein Munitionsproblem deswegen versuchen wir jetzt einfach mal hier an dem vorbei zu rennen äh ich könnte dem jetzt mal hier so ein Ziegel von Schädel werfen oh hab ich noch ja hab ich noch weil damit kann man den Dude dann immer so ein bisschen stunnen Verhalten as uc c uc c lass mich beher er so das halten wir Wie die anderen beiden durchkommen Oh, 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 oh What the fuck Den hab ich überhaupt nicht gesehen, du Ähm, ja, ich wollte eigentlich sagen Von wegen, wie die anderen beiden durchkommen Ist mir eigentlich relativ pumpe Erstmal So, dann hätten wir erstmal geschafft Hier haben wir noch Klebeband und ne Schere Scheren sind immer nützlich Also wie gesagt, wir brauchen Messer Später, nonstop On Mars Jede Menge So viel wie wir haben können Ähm So Jetzt müssen wir mal schauen Irgendwas war hier, glaub ich, nämlich Irgendwas war hier, glaub ich, nämlich übel brutal Ja, 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 ja Ist gut, ist gut, ist gut, Kollege, beruhig dich Guck mal runter Ja, hm Ähm Meine Lebensleiste Sieht nicht so geil aus Ich kann da nicht rüberhüpfen Ich hab auch nichts mehr zum Werfen Ja Würde eigentlich bedeuten, ich müsste den jetzt abknallen Aber ich will eigentlich nicht schießen Denn, ähm Wir haben doch recht wenig Kugeln Und wie ihr gesehen habt, drei Schuss in den Kopf Man braucht jede Menge Mal schieße ich den jetzt ab Mal gucken, den Ball haben wir jetzt ab Wo denn Halt den Kopf unten Komm, guck, wie du waren das denn, du Stück Na, will er nicht Ich treffe den aber auch von hier Denke ich Oh, ne Oh, man So knapp dort vorbeigeballert Ah, cool Eigentlich hätten wir den mit zwei Schuss kaputt kriegen können Und den einen war ja gut daneben gesammelt Wie ich da unten noch was Nein So, den einen Dude da unten Den lassen wir jetzt erstmal leben Weil der bringt uns eh nichts Wir kommen da zu dem eh nicht hin Hier können wir durch So, ähm Hier kommen wir durch Aber wir können hier noch reinhüpfen Und hier ist noch eine Schublade Daran kann ich mich jetzt noch erinnern Da haben wir nochmal Klebeband Ähm Nimm mal die Waffe in der Hand Also, okay Wir haben nur noch drei Schuss Also, das hätte ganz schön knapp werden können So Tor aufmachen Und dann zusehen, ob wir hier wegkommen Denn mit dem Militär sollte man sich hier wirklich nicht anlegen Aber da sind noch ein paar Nuss Komm schon, Joel Ich komme, ich komme, ich komme Ja, ich komme, ich komme, ich komme Ja, außen ist eine ganz gute Idee Okay Da ist echt drin Hier haben wir wieder einen Backstab Okay Hoppala Da sind mehr Lichter Mist Lass mich mal hier vorbei So, den haben wir Jetzt brauche ich wieder so einen Backstein Aber ich glaube, der eine Typ, der kommt jetzt hier rein Na komm, mach was Willst du nicht? Tu was Du Stück Da hinten war gerade auch noch einer Wo ist der hingelaufen? Ich weiß es nicht Ah, ich kann den Greifen Schon Durch die Wand Oh shit Ja, er wird dir noch länger Yo Oh fuck Boah Fuck Ja, der erste Tod Kannst du deine Gegner aus dem Hinterhalt direkt angreifen oder einen Kampf manchmal ganz vermeiden Ja, ich hätte den ganz vermeiden sollen Ja, ist ziemlich doof gelaufen jetzt Aber wie lange der gebraucht hat, um ihn zu erwürgen Ich fasset, ey Waren wir hier jetzt noch mal drin? Nein So, diesmal Lassen wir die dann einfach am Leben Ich meine, normalerweise bin ich eher immer so der Typ Von wegen, ja Man muss alles das töten, was man töten kann Okay So, den haben wir Stierb, gib mir Kugeln Du mieses Stück So, der auf dem Balkon, der ist der Schlimmste Weil wenn die uns unten hier sehen Dann schießt der aus, äh, vom Balkon aus Und das ist das Schlimmste Was passieren kann Oh, gib mir Kugeln Auch der gibt mir nichts Schweinhund So, äh, wo sind die jetzt hoch? Ah, hier Da liegt aber noch ein Da ist ein Backstein Okay So weit war hier nichts mehr Ich meine, da hat auch nichts mehr gelegen Bin mir zwar jetzt gerade nicht mehr so sicher Aber Egal, wir lassen es Ich meine, da lag nichts mehr Also gehen wir weiter Einfach schwimmen Einfach schwimmen Ich glaube, da lag nichts mehr Ich muss mal ein wenig lauschen Aber sieht nicht danach aus, als wenn Ah doch, da kommt ein Typ Wo ist er, auf welcher Seite kommt er Auf der Seite Gehen wir jetzt hier rum Und bringen den um Komm schon, Mann Es gibt zwei Möglichkeiten Ja, sprich Welche zwei Möglichkeiten siehst du, hä? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit Du bleibst stehen und ich erwürge dich Jawohl Genau so Hast du schon mal direkt ein schönes Grab hier mitten im Loch So, jetzt gucken wir hier Und mal eben schnell nochmal rein Ob wir hier noch irgendwo was haben Nee, hier ist auch nichts mehr Da ist What the fuck Äh, die Arschgeigen Die riechen das, wenn einer von denen stirbt Die riechen das Ja, ich triff dich jetzt auch Wolltest du dich direkt dazulegen? Ja Nee, dich direkt neben deinem Kollegen Ihr seid für immer vereint So, halten wir das auch Ähm Ja, jetzt Hier runter Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Das wirkt so anders Das wirkt so anders Machen wir ein bisschen Licht hier rein Nee, ich dachte ich hab von oben was Blinken gesehen, aber Warte mal Nee Mal sehen, wo es hinführt So Genau, sehen wir mal, wo es hinführt hier Haben wir hier noch irgendwie was Sammelbares? Nein Bleib hier Wenigstens regnet es hier nicht Nachricht von Ah, so, okay Die Seaman Wie sieht's aus? Ja, die Seaman Hier müssten wir durchpassen Ähm Ist nun ein Abonnent von mir Der gerne mit mir zusammen Paragon spielen möchte Mist, Mist Noch mehr Soldaten Ähm Das Ziel läuft noch frei herum Verfolgung abbrechen und sexuell berichterstatten Also auf jeden Fall Sei schon mal gegrüßt Ähm, mit Paragon Was wird erst später was? Ich muss noch, ähm Ja, gute Zwei Stunden noch aufnehmen Ähm Ich werd gleich mal Kurze Pause einlegen Ähm, ich sag mal Ihr werdet das wahrscheinlich eh nicht mitkriegen Weil ich's dann wieder so machen werde Ähm Okay Ich schneid die Folgen ja eh immer zusammen Und von daher, ähm Werd ich mal gucken, dass das dann so passt Dass ich die Pause dann so einlege Ähm Dass sie dann genau zwischen zwei Parts sind So Ist sie sicher? Nein Hier haben wir nochmal Scheren Wir verschnaufen jetzt ganz kurz Und ein paar Kugeln Kugeln sind sehr gut Wollen wir hier noch was gehabt? Na klar, Boss Nein Okay, äh Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da, ne? Was ist denn das hier für ein Weg? Das Wir langen durch das Rohr Achso, da geht's weiter Okay, nein Ich glaube, wir kommen hier durch Naja Ist okay Nein, ich war nicht Okay Hier ist nämlich noch ein Schrank, den wir nicht durchsuchen Da haben wir nichts Da auch nicht So Hallo? Stuhl, block mich nicht, sonst haue ich dich kaputt Kennt ihr diesen Moment? Ähm, wenn euch ein Stuhl provoziert So wie der Dann gebe ich dem Ding gleich eine Kopfnuss So wie der Detlef Stephens Von, äh, ob ich's bete oder wie das hieß da Wo den Stein provoziert hat Und der dem Ding dann gleich eine Kopfnuss geben wollte Oder O-Tone-Charts von 1Live geht auch Da war der nämlich dann auch eine längere Zeit drin Oh, 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 oh Warte, warte Oh, 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 oh Verflut Samen, sie rufen uns zurück Zurück zum Ball Ihr habt gehört Aufladen, los geht's, na los Weiter So An den stürmen wir uns jetzt mal nicht Okay, sie sind weg Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies Was dann? Marleen, sie Sie sagte, sie Hätten dort eine Quarantänezone Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen Ja, kommt uns bekannt vor, Tess Und das Das, was mit mir passiert ist Der Schlüssel zu einem Impfstoff ist Oh, Himmel Das hat sie gesagt Oh, bestimmt hat sie das Hey, verdammt, Mann Ich wollte das hier nicht Ich auch nicht Tess, was zur Hölle machen wir hier? Es ist, wenn's stimmt Ich glaub's an Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft Bringen wir es zu Ende Muss ich dich dran erinnern Was da draußen ist? Ich verstehe Hier lang Wenn wir durchs Zentrum gehen Sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus Hoffentlich Ach ja Also der gute Joel hat da echt absolut null Bock drauf Und man merkt's immer mehr Dass er da keinen Bock drauf hat Und einerseits kann ich ihn wirklich verstehen Ich mein, gut, der gute Joel, der will ja wirklich nur Über die Runden kommen Und sein Leben da in der Quarantäne-Zone Oder vor sich her leben Und Ich mein, so ein paar kleine, krumme Dinge Sind ja In Ordnung Aber So ein infiziertes Mädchen dann Durch die Gegend zu schleppen Ist dann nochmal was anderes Weil Was ist, wenn der Virus bei ihr dann doch Auf einmal ausbricht Äh, ausbricht Wenn wir hier unterwegs sind Da liegen Pillen Genau, hier könnten wir, glaube ich Unter die Brücke Könnten wir, glaube ich, durchkrabbeln Denn hier liegen Unsere ersten Pillen In Form Von einer Blume Für ein Stück Können wir wahrscheinlich aus irgendwelchen Pillen So haluzigene Pillen raus Ja, auch aus irgend so einer kleinen Blume Blüten Haluzigene Pillen machen So wie Ecstasy oder was Und damit können wir unseren Geist verstärken So Ähm Aber dazu müssen wir erstmal noch mehr Pillen sammeln So, wir hüpfen jetzt mal hier hoch Mehr lag da unten nicht Ich bin jetzt nochmal hier entlang Da hinten lag auch nichts mehr Da kommen wir nicht drauf Ähm, wir gehen mal hier lang erstmal Hier scheint auch nichts mehr zu liegen Da gehen wir noch nicht weiter Oh, haben wir hier noch Haben wir hier noch was Ne, hier ist auch nichts mehr Okay Ähm Dann schauen wir uns hier nochmal kurz um Ne, aber ich vermute hier ist nichts mehr Nein Okay Mein mir wäre lieber gewesen, wenn jetzt hier irgendwie noch ein paar Kugeln oder ein paar Pillen oder sowas gelegen hätten Aber Dem ist nicht so Ich soll mir klarkommen, haben wir hier nochmal drin Nein In der Bus kommen wir glaube ich nicht rein Ich glaube nicht, dass wir in den Bus reinkommen Oh, hier lag man was Äh, was war das jetzt? Jetzt hörst du das? Ja Lang aber als wär's weit weg Mist Sind wir sicher? Vorerst Na los Vorerst Sind wir sicher? Meint auf jeden Fall Tess Aber ich Bin Da Ein wenig skeptisch Ob wir jetzt wirklich sicher sind oder nicht Weil, ähm Wenn man sich überlegt Da ist Allein In den USA Jede Menge Leute leben Oder hier eine Oh Teile Wo das hier auch immer spielt Ähm Und die Quarantänezone Sah jetzt gerade nicht so wirklich Übelst belebt aus Würde bedeuten Es müssten hier Einige Zombies rumflitzen Da drüben ist das Rathaus Ja Wir müssen da irgendwie durch Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es Jetzt ist es nur noch Brachland